Hallo, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich habe hier heute Candy, gehört zu den Fluffings und das ist eine Kugel, eine wuschelige Kugel, die hüpfen kann und weil sie so viel Spaß macht, kichert die dabei immer. Schau, wie ich hüpfe. Das werden wir natürlich jetzt gleich auch noch ausprobieren. Okay, hier steht auch noch, hallo, ich bin Candy. Es macht mir riesigen Spaß auf- und abzuhüpfen, deshalb kichere ich auch immer dabei. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal ganz schön weich an, schön fluffig, fluffig und ich mache die Candy jetzt mal hier, befreie die Candy aus ihrer Packung. So, da ist Candy. Ui, und die macht schon Geräusche. Man soll hier einmal auf den Kopf drücken und dann, uh, dann springt sie hoch auf jeden Fall und ich weiß nicht, ob das Kichergeräusche sein sollen. Ja, also man kann das Ganze so zusammendrücken, dann hakt sich da anscheinend irgendwas ein. Und dann springt sie direkt wieder hoch. Das ist einfach so ein ganz fluffiger, weicher Ball, so ein Kuschelball. Hier unten ist aber so ein Plastik, also da kommt auch wahrscheinlich das Geräusch her. Hier sind noch so Plastikaugen. Und ich finde ehrlich gesagt, dass die Geräusche nicht so wie Kichern klingen, sondern irgendwie wie Quietschen. Aber wirklich ganz lustig, also ganz interessantes Spielzeug. Ich mache es noch einmal. Man muss es wirklich einmal richtig runterdrücken. Und dann... Oh, jetzt geht es nicht mehr. So, einmal runterdrücken. Jetzt geht es immer nicht mehr. Ich habe es jetzt wirklich noch ein paar Mal versucht und irgendwie springt es immer direkt so, bevor ich überhaupt loslasse. Ja doch, jetzt hat es nochmal geklappt. Und immer wenn ich das zusammendrücke, kommen auch diese Geräusche, die für mich irgendwie immer noch nicht wie Kichern klingen, aber eigentlich wirklich ganz lustig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Fluffings findet, wie ihr Candy findet und ob ihr findet, dass das sich anhört wie Kichern. Wem die Fluffings und Candy gefallen oder dieses Video, dann bitte einfach einmal einen Daumen nach oben. Und sonst schaut doch auf jeden Fall unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!